Musik Einerseits die spannenden Projekte, die Kunden, die man hat, die trifft man sonst nicht. Andererseits auch das kollegiale Umfeld. Ich habe noch in keiner Firma so einen guten Teamzusammenhalt gespürt. Für mich war es eigentlich auch ausschlaggebend, dass man in der Frequente sehr viel reisen kann. Dadurch, dass 95 Prozent unserer Projekte im Ausland sind, stand für mich eigentlich eindeutig klar, also fest, dass ich in die Frequentes will. Frequentes ist eine Technologiefirma und immer mit dem neuesten Standard zu tun haben und immer etwas Neues entwickeln. Und das war etwas, was für mich extrem spannend war. Frequentes steht für internationale Projekte, steht für Hightech, steht für sicherheitskritisches Umfeld. Die Frequentes würde ich beschreiben als innovativ, zukunftsorientiert und mitarbeiterfreundlich. Frequentes ist für mich helfen. Und das ist es, was wir auch hauptsächlich machen. Wir helfen, damit unsere Kunden helfen können.